Der Prophet Mohammed ist eine geschichtliche Gestalt und er ist ein Mensch gewesen, dessen persönliche Schwächen den Islam mitgeprägt haben. Das ist eine provokative These, über die ich mich unterhalten will mit Hamid Abdel-Samid, den ich sehr herzlich hier begrüße. Wir wollen sprechen über die Interpretation des Islam. Untertitelung des ZDF, 2020